Ich habe 750 Euro ausgegeben, um mehr über Kunst zu lernen. Für den Workshop, der drei Tage geht, bin ich extra nach Berlin gefahren. Für mich ist das gar nicht selbstverständlich, weil ich wirklich auf diesen Workshop lange gespart habe. Wir ja wissen, es ist mein Traum, eine richtige Künstlerin zu werden. Irgendwie hatte ich nochmal richtig Glück, weil wir alle Materialien gestellt bekommen haben. Sonst hätte das komplett den Rahmen gesprengt bei mir. Wir haben Pinsel, Farben und so ein Kittel bekommen. Kleiner Flex in meinem ersten Kittel. Zuallererst haben wir mit Blaubeeren angefangen. Das ist nämlich so eine kleine Studie für den Anfang. Dadurch sollten wir lernen, wie wir uns beim Malen strukturieren. Nachdem Alpay uns gezeigt hat, wie er es macht, haben wir es mal versucht. Das sind meine Blaubeeren. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich hatte richtig versagt. Nachdem ich dann gesnackt habe, war ich dann wieder glücklich. Und morgen fangen wir einfach an mit Porträts. Ich habe Angst und ich bin gespannt, wie es wird.